ein wunderschön und willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft race jetzt funktioniert es nicht steht und es regnet oh gott oh gott ich habe mich voll erschrocken auf einmal steht den eisengole ja was haben wir jetzt in folge gemacht in letzten folge habe ich bei mir ach so ja genau das war die wiederbelebung des letzten überlebenden glaube ich es lebt muss eigentlich für seine bruder lebt ja eigentlich noch mal gucken so ist er schon wieder tot check das meint ab wo ging es denn hier bei flue rein hier vielleicht warum ich immer ein herr steht irgendwas mit namen drinnen bei ihm socke wieso steht socke bei ihm drin was soll das ist doch seine socke oder eine heiße strumpf keine ahnung jetzt immer unten gucken gibt er noch er lebt noch er lebt noch krass so was drin verzauert das buch also bob hat mir übrigens orange und rote tulpen gebracht orange und rote tulpen ok krasser schild wunderschön und ich habe pinke schafe pinke schafe krass wie komme ich mit sie wieder raus haus ist mega verwirrend ja jetzt auch durch die golem partie wie viel schoko wo sie sind dieses hier schon noch ein schokobot da ist ein schokobot womit du gerade reitest das ist scheros ja bei jedem einer einsteht ja es hat kein sattel ja gut dann stelle ich das hier hin ja ich hab da ich muss das mal weitermachen kann man irgendwie kann man das irgendwie schräg machen ich würde es noch gern schräges glas dach zur wand hochziehen und die karten da blöcke hast du doch damit mit denen da ja 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 gar nicht einfach ein 3 cool ins senior jo brüder was los was passiert wenn man die haut weil hier immer party ist gar nichts profis hier schenkt ihr holz kauft ihr was kabel mit kabel damit habe ich kabel dabei warte mal er was nicht hier what the fuck warum ist die truhe so voll was ist denn hier passiert die sind doch kein formige rampen genau die ja was so lange nicht mehr auf dem server dass die mehr weiß das in deinen kisten ist ja nicht komplett so überlegen wie geht denn das überhaupt warte mal moment das ist schräg ich bin so schlecht im bauen und ist ganz ehrlich zugeben hier oben auf meinen links aber das sieht ja dann irgendwie komisch aus weil das da an der ecke da nicht hinhaut wie kann man die jetzt weiter schräg machen kann man nicht doch einfach verbindet die sich die verbinden sich und jetzt wie mache ich das jetzt schräg gibt mal her deine dinge ja geht denn das überhaupt schräg ja das sieht ja komisch aus ich dachte da gibt es gerade elemente irgendwie hat das sieht ja irgendwie zehn komisch aus die geändert wenn du dich sneaks kann sie ändern das liegt wenn uns rollen am rad gerade am rad gar nicht schade rampe heilförmige was ist das denn jo alles klar ich habe bei mir auch schon ein bisschen weiter gebaut in meinem häuschen ich habe jetzt ein eigenes lager ja das habe ich irgendwie schon im titel irgendwo gesehen bei einer folge bei dir rege augenrampe was ist denn wenn ich die benutze die hier anschließend das geht gar nicht man es geht nicht wie ich das wollte erwarte aber ich weiß was geht haha ich habe die idee ok ja schneller schneller was liegt denn hier liege scheiß jetzt habe ich auch zu sehen mein haus abgemacht wollte ich gar nicht die weile sind scheiß fliege gerade rum geflogen ist ok 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 ich brauche ja ja ich habe auch etwas glas nicht übertrieben viel aber ich habe glas alles klar nanananana nananana nananana man macht es halt anders man ist die fakur untergefallen dellis hat sieht cool aus hollys 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 haus hollys schon fertig das gemacht ja hier die holz ecke ach du bist da oben ich sehe dich sogar hallo ja ich brauche man ja nur ein bisschen glas noch ein bisschen weiß dass ich auch schon überlegt habe was bestimmt auch mega witzig wer wenn man nicht mehr laufen müsste wenn man einfach mit laufbändern praktisch die ganzen wiege verbinden würde es wäre doch mega nice gekommen so wie auf dem flughafen ja du kannst kannst du den schaden ihr kriegt irgendwo golem schaden ja so golem jahre sollte es vielleicht nicht den kaktus kaktus umarmen wäre nur so eine idee so haben wir hier irgendwo noch sand dass kein sand als ob er kein sand ist gar nicht so langsam ist doch das laufband gar nicht finde ich das ist ja normale aber da kam mit kies kann man das doch wenn ich den kies jetzt da rein baller dann müsste der das doch jetzt gröbel da so ja dann macht das so sand genau das soll es doch tun so gibt mal vollgas so was kann ich denn noch machen könnte mein keller weiter bauen genau das könnte ich noch tun habe ich irgendwo ein hammer ich habe hier haben wir das nicht mehr wir brauchen jetzt nicht das kannst du wieder meinen line kriegen ja dann zurück ja labor blöcke ich hoffe da ist jetzt nicht schon der rest irgendwie verbunden ich habe gesehen dass sie noch mehr gänge gebraucht hat unten drunter du denn hier ist ja geil ach das geht ja auch da würde ich mir auch so eine blaue secke noch machen ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich hoffe alles klar hier gleich gleich mit brot was wollte ich machen haben hier oben hier oder ja und sammach okay die chungai aus hast du die werkstation ist ja auch anders dass die das stein gemacht oder hast du den rahmen dieser stein macht automatisch so einen rahmen guck mal hier wenn der am ende ist hier auch dann sieht das halt so eingelassen auf nice es sieht allgemein hier voll geil aus ach ja frauen frauen haben halt mehr liebe zum detail ich wollte fackeln holen ich wollte sagen warum bin ich überhaupt mit runter gekommen ich wollte jetzt gucken ob ich noch was anderes klaue mach du mal mach du mal ist es wieder dunkel ja es war dunkel und ich habe hier hat aber ja weg durch weiter alles gut oben ist noch nicht ausgeläuchert deswegen bin ich direkt schlafen also kein glas richtig auslassen hier mein riesenlabor oh gott rahmets explosion 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 ich habe ein neuer vordergrund ja mann ja 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 ich brenne hilf 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 schon wieder rar alter was jetzt gerade alter krass mal ganz gut ja nie geht ich habe halbes leben verloren krass er hat mich in sedition burning geschossen ja ja machen die immer wenn ich rauskomme aber das gute an hammer ist man weiß wo die drinnen sind man sieht halt der baut der blöcke nicht ab hallo freunde dann bauen wir die jetzt mal einzeln ab dann ich wünsche jetzt gerade dass ich wie indoors so ein breakable stick hätte womit man dann die blöcke so bauen kann also herr kann man moment ist kann man doch hier auch ne den gibt es hier nicht aber wenn ich hier meine meine pickaxe in der hand habe dann konnte ich letztens blöcke damit setzen ja ja kannst du mal das schon aber die sagen und so aus dort diese an breakable stick da der baut dann wenn du hier 80 blöcke nebeneinander setzt da kannst du die 80 80 blöcke daneben mit einem klick wieder setzen so viele blöcke wie du halt im inventar dann hätte man hier eine linie glas machen müssen und dann einfach zuck 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 weißt du jeden block den ich abbau hat das habe ich auch als ich mein keller ausgebaut hatte mega nervig richtig nervig leute lasst mich doch mal in ruhe genau leute wundert euch übrigens nicht warum ich momentan nicht auf kommentare eingehen kann beziehungsweise so die nächsten 30 folgen weil genau die folge seht ihr zwar jetzt noch vor meinem urlaub aber nächste woche bin ich im urlaub drei wochen demnach demnach seht ihr das dann quasi vor produziert ein flash so hier gehen wir noch eins weiter und dann gehen wir hier lang zack 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 jetzt wird die wand rasiert so man kann der was denn ender aber noch einer wo kommt ihr denn alle her was essen das habe ich denn überhaupt inzwischen aufgesammelt eisenbeinschutz explosionschutz das einzige gute daran ich habe mir glaube ich noch ein rüstungsstück selber gemacht ja kann man schön fahren dadurch und noch mal kackvieh du kackvieh lass mich in ruhe oder auch noch mehr oh gott ganz klar ja noch ja wie das eifert hier kommt immer klar alles klar wo ist denn die nicht gerade gekriegt habe der kurs der rahl der hat sich schon ihren block verpisst kann aber sein dass dann dadurch dann wieder neu herauskommt der nicht unbedingt nur gott hier kommt wasser oder hier kommt grüne säure hilfe wo kommt ihr die grüne säure ja ich bin nun durch irgendwelchen grünen teich und vergiftet weil ich mache ich das jetzt zu ich glaube ich habe ein problem ich mache das mal so komme ich daran soll mit der säure schutz vorbeikommen und dieses ja einmal wird der säure schutz obwohl es geht war da war da ich komme jetzt ist bin ich runtergesprungen ich nehme nur eben die blöcke muss man den schaden ja ein denn ich habe steinblöcke die rauch brauche ich auch nur jungen geht auch ich habe kekse ich habe kekse bekommen von ihm ein geil kekse ja mal gucken wann ich bei dem anderen gang rauskommen bei flu oder so bin gespannt auch silberfische sie schon heiratet die noch irgendwo noch ein ehevertrag mit den dingern ein ultra high irgendwas ich bin tot halt da machen platt machen platt ich sterbe sagen das ist mein problem ich darf nicht sterben ob der juhu oh gott oh gott oh gott oh gott ich hätte den ein ich hätte den ein ich hätte den ein steht ja noch ich war ganz schwer deine hilfe ich habe ich muss meine waffe ich muss man auch so mit diesen weg diesen weg diesen weg ich bin ja nicht runtergekommen weil du gerade vor mir stand dass ich wäre hinter dir der kommt hinter dir der ist unsichtbar muss ich kurz mal verpissen jetzt schon wieder meine waffe muss erst mal recken kommen der buddelt sich gleich einer ist ja eh weg halt da der macht viel zu viel schauen mach mal zu dann kommt er dann nicht durch wenn wir ein stück weg gehen dann ist er gleich weg krass das ist du kannst dann halt auch nicht richtig hitten ja weil wir sobald den hittest wird einer waffe gedroppt die müsste jetzt da unten noch liegen okay ist immer noch da hat ob wir schon voll weit weg gewesen okay kommt wir können die eisen gut darunter schieben der haut darauf macht er ja ja aber er kommt ja nicht runter da kommt nicht bei einem block runter jetzt müsste weg sein also oder naja stand er hier ja du siehst ja ich bin hier so dezent ich habe sein schlüssel aufgehoben ja achte jetzt ist ja irgendwelche wenden drop es ist nur das oder ist darüber noch mehr wie darüber noch mehr das ist der see der darüber irgendwie ist pass auf was auch was auch das kommt zu dir ja das ist so schleim zeug das ist ein bisschen aufnahmezeit ist auch hier ein cut und morgen geht es einfach weiter wenn es euch gefallen hat guckt auch mal bei den anderen mit vorbei natürlich als erstes beim lieben holg 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 und dann würde ich sagen sehen wir uns bis dann und auf wiedersehen bis morgen tschüss tschüss ciao out 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 ous out 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 out